Untertitelung. BR 2018 Joseph, where am I? What's this painting? Right, I'm at Joseph's. What a night. Quite a celebration. Happy birthday, my friend. Though, one drink too many. I'll check with Joseph and then I'm off to work. Ah, my poor head. Ah. 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 Here it is. That's odd. I've been many times at Joseph's, but I've never seen this corridor before. The photographs seem very familiar, though. What's that? This room is bizarre. What's with this furniture? I can't even reach the door handle. Hardy-ha-ha. What a hilarious... If I don't go out soon, I'll be late for work. Let's try this way. Another letter? I can't even reach the door. Untertitelung des ZDF, 2020 Isolation hole? How on earth do I fit in here? These aren't the legs I'm used to. I know this sounds ludicrous, but can it be that I'm a bug? All right, stay calm. Let's find Joseph and move on from there. All right, focus. You don't want to fall from this high up. What a clutter. I think there's something on the table. Another... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Although, this liquid should help me climb up. Here we go. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Ich bin sicher, dass das nicht möglich sein wird. Was bedeutet nicht möglich? Proposterous. Unprecedented. Das ist unheard of. Und wer dann sind Sie, genau? Wollte du jemanden erwarten? Auf der anderen Seite. Ich bedanke mich, wer du bist. Und ist jemand hinter der Tür? Du fühlst mich glücklich. Für sicher bin ich. Und wer ist in Frau Börstner's room? Do you know Miss Börstner well? Ja, sie ist mein neighbor. Of course I know her. Ich sehe nicht, wie es ist von deinem Wissen. Ich bin nur überwunden. Wie gut? Wir sind einfach acquaintance. Aber warum interessiert das dich? Was ist das? Warum hätte sie etwas falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du sagst mir. Enough von dieser Schikaner. Sind Sie die Polizei? Ist Frau Börstner in ein bisschen wie ein Problem? Warum hätte sie in ein Problem sein? Ich weiß nicht. Du kommst her. Ask about her. What makes you think it's about her? Well, it's certainly not about me. Now, is it you are the police? Were you expecting the police? No. No, I wasn't expecting anybody. Least of all you, whoever you are. I have to call Miss Grubach. Why do you need Miss Grubach? You just keep asking questions, don't you? Well, listen. You don't deny anything and you don't affirm. You stand there and stare at me. What's your name and your function? Why do you need to know my name? Actually, you're right. I don't want to know your name. Why am I even speaking to you? Miss Grubach! She cannot come at this time. Oh, she can come at this time. It's her apartment after all. How long have you been living here? Long enough. But this situation is new to me. I won't say another word until I see the supervisor. I clearly need someone more to support you. I don't want to know my name. What. ...is there. I don't want to know what I'm doing. I don't know. You must die. Escal categorizing the power! Welcome. Did you look down? day? day? I'm sorry. Help. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, everything will help you to believe in perfect. You can. You are a toy. A toy. A toy. A toy. A toy. A toy. Das war's, das war's, das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, give me a break. You seem to have an answer for everything. Because there is a reason for everything. Oh, like your visit today? Exactly. So how about I check the reason for those noises behind the door? Who's there? Let's see. Wouldn't you rather just stay here? I want neither to stay here nor to talk to you. I didn't mean anything wrong. Didn't France tell you to stay in your room? I demand to talk to Miss Grubach this instant. That won't be possible. What do you mean not possible? I want to speak with my landlady. No, you can't leave. You are arrested. Oh. Yes, it sure looks that way. Somebody must have made a false accusation. I don't see any other explanation. I'll get my papers. Preposterous. Okay. I seem not to be able to find my wallet. It might have been stolen from me. That would be most unfortunate. Indeed. How about you investigate that while you're here? Mr. Kay. Our sole job was to look after you until the arrival of our supervisor. On the other hand, you should really calm down. I'm a very calm man. I'm very glad to hear that, Mr. Kay. Oh. Wilhelm. You're okay? Oh, mein Gott. Es ist okay, jetzt. Ich habe fast einen Herz-Aktag. Dein Essen ist schrecklich. Wie würde ich wissen? Ich habe es nicht gemacht. Anyway, ich bin gut, jetzt. Also, wo waren wir? Wie kann ich unter dem Rest? Und, vor allem, in so einer Weise? Du denkst, dass wir nichts wissen über die Geschichten von deinem Fall? Wir wissen gar nicht von einem Ende des Identity Dokumenten von dem anderen. Wir sind nur junior officials, tasked mit watching over euch für den nächsten QR-Aktag. Aber wir wissen nicht, dass wir nicht verstehen, dass wir nicht in der Lage sind, Die High-Autorität, die wir hier sind, sind sehr informiert und gebeten und gebeten und gebeten. Tell me, Herr. Für welche Zeit bin ich supposed to beantwortet? Du bist nicht allowed zu erzählen dir nichts mehr über deine Arrest. Procedungen sind auf der Weg und du hast alles erzählt. Alles in gutem Zeit. Ich bin bereits überraschend die Regeln zu sein. Ich hoffe, dass nur Franz das hören kann. Er ist auch viel besser als Jotsubi. Ganz ehrlich gesagt, wenn du mit der Arrest weiterkommst, hast du nichts zu bemerken, Herr Kai. Tell me, was ich weiß nicht? Was sind die Leute? Was sind die Autorität? Was sind die Land der Verkaufstelle? Ist das kein Land der Verkaufstelle? Du hast die Arrest. Ich verstehe. Das muss alles in die Zeit. Ich könnte bei dir auf dir sprechen, Ich bin ein Schmuck. Ein Schmuck, ich bin ein Schmuck. Ein Schmuck, ein Schmuck. Sie sind nicht so gut. Wenn es ein Schmuck sein wird, dann werde ich es. Ich habe es nicht so gut. Es ist kein Schmuck, Herr Fais. Es kann nicht so gut sein. Es kann auch kein Schmuck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020